so guten morgen und willkommen zurück ich habe mal wieder eine längere zeit gesucht und na ja bis auf ein paar secrets habe ich nichts gefunden denn die werde ich mir jetzt erstmal holen also da hätten wir ein secret ja es gibt so raketenwerfer und ein wenig health bonus aber viel interessanter ist dass sie naja gleich wieder runter springen der super charge wo uns mal wieder 200 lebenspunkte gibt ein backpack of ammo und da springe ich wieder mal daneben das ist ja nicht das erste mal okay und computer area map findet man zwar spät aber es macht die ganze karte sichtbauer wobei grau orte sind die wir noch nicht besucht und nicht vorbei gelaufen sind theoretisch ja bringt uns allerdings überhaupt nichts denn diese map ist mal wieder etwas verpackt das heißt wir können hier nicht raus ohne cheats also machen wir wieder den noclip cheat an ja und laufen nicht durch die lava nein laufen erstmal ganz weit dahinter finden hier einen schönen text und können dann auch hier lang laufen wenn wir das möchten und finden noch ein secret area oder zwei auf einmal mit ganz viel waffen oder berserker modus warte moment kreikbeschwerung kann ich das nicht aufnehmen komische sache figur die ich schon mal irgendwo gesehen habe aber gerade zuordnen kann ich kann sie auf jeden fall tot schlagen was irgendwie überhaupt nichts bringt man kann es halt dann haben wir hier noch unverwutbarkeit und ein teleporter zurück in die map toll bringt uns aber auch nichts denn wir kommen immer noch nicht raus also noclip wieder an und wir müssen dahinter da lang wie das sieht man übrigens die wände wenn man unverwundbar ist immer normal ich zieht egal wir wollen weiter wir wollen wo war es denn irgendwo irgendwo da war der ausgang oder soll der sein komm wo ist er jetzt wieder okay noch mal also da war ja das spiel ist noch besser wie man merkt und also noch nicht ganz fertig also da war das muss der ausgang irgendwo na wo ist er denn jetzt ich finde es gibt es denn so da ist er jetzt ich habe das kurz auf screen gemacht weil er immer zu blöd ihn zu finden und jeden fall hier ist der ausgang wenn die letzte vorletzte als gar nicht vorher gesehen hat mit dem teleporter wo wir durchgegangen sind und dann gestorben das war hier also der lande da oben stirbt und kommt tot da unten an was genau man da machen soll keine ahnung auf jeden fall da ist der ausgang so kommt man momentan aus dieser map raus so und nicht anders da muss man wohl noch bis zum nächsten update das irgendwann wahrscheinlich mal demnächst so ja irgendwann hat man kommt man hat es ja nicht eigentlich habe ich lang gebraucht fast zehn was so lang bin ich schlecht klar klar kommen bleibt schneller so und hier geht es gleich weiter mit ganz vielen tollen gegnern die uns alle töten wollen wie immer das sind so unglaublich viele und ich brauche die die knarre brauche ich die hälfte umgelegt naja fahrt sogar mehr als die hälfte paar überleben immer das ist doch nicht jetzt stirb mensch so ja gut also hier haben wir kurz wegen waffen da was ist da drin hallo was ist hier dunkel da drin ist es dunkel sollte man vielleicht mal ein licht aufstellen hab aber keins dabei wir müssen da lang das sind gegner also müssen wir da lang macht sinn durch die tür nein nicht durch die tür und auf mir schwand böses wiii pss oah geh weg oah ich hasse dich das zweite habe ich mir überlegt ich werde im nächsten auch noch also wenn ich mit dem let's play fertig bin oder kurz bevor ich fertig bin werde ich auch mal ein kleines video hochladen wo die unterschiede sind zwischen also den schwierigkeitsgraden zwischen dem wo ich jetzt spiel und dem leichtesten dem oah komm stirb wieder net äh wup ja ne nexz hören und natürlich ultra violence und natürlich neigt mehr also nur mal kurz anzeigen paar schöne oah jetzt stirb endlich Mist viel paar schöne runden mehr aussuchen so richtig viel gegnern und mal zeichen wie lustig neigt mehr ist oder ich brauche alles in den schlüssel naja ihr mich auch äh dann auf hm hm hm